Hallo, du solltest... Vergiss es. Ja, genau. Genau, das ist doch echt zum... Dieser Typ nervt echt. Die nerven echt, die Leute, ich sag's euch. Jetzt hole ich mir erstmal wieder alles zurück, was ihr mir hier verschwendet habt. Ah, guck mal da. Die haben's geschafft. Das andere habe ich auch von ihnen nicht erwartet. Alter Schwede, wo versteckt sich dieser Dämpf? Lässt du mich doch nochmal ne Waffe ziehen? Warum hast du nicht denn die Waffe gezogen? Das ist ja einfach. Das sollte ich öfter mal machen. Einfach von oben auf die Lette steigen. Das ist ja echt einfach. Und ich brauch mal wieder eure Sachen, weil ihr ja nicht hier vernervt. Und einen kann ich noch. Wenigstens habe ich die Wurfmesser vor. Aber die könnte mir mal wieder Kugeln geben. Ach, schade. Und noch meine Kugel, bitte. Ach, schade nicht. Schade, 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 schade. Du da. Genau du. So. Problem beseitigt. Ich bin beseitigt. Okay, jetzt muss ich dann nur noch hier wieder raus, ne? Nein. Ich habe euren Herrn schon getötet. Haltet die Klappe. Wo ist denn, wo geht es denn wieder raus? Das ist er. Ah, ne, ne Treppe hoch. Lass mich doch in Ruhe. Ich habe euren Mann schon längst getötet. Ich habe euren Mann schon längst getötet. Ich muss jetzt nur noch... Auf den Turm. Ich hatte es jetzt. Oh, ich hasse euch. Echt, stirbt doch. Was wollt ihr von mir? Ihr Deppen jetzt was? Lauf weg! Lauf weg, du! Ich brauche Hilfe. Das schaffe ich nicht allein. Noch nicht mehr, wenn ich jetzt anfange hier. Jetzt! Hallo, du sollst... Ja, genau. Lasst mich nicht in Ruhe euch bekämpfen, ihr Idiot. Lass mich doch mal dich bekämpfen, Alter. Und jetzt kann ich nur noch mit denen hier kämpfen. Hallo? Nimm den da! Du, Depp, du hast mich... Ich kann dich nicht besiegen. Oh, Hilfe! Ich kann dich nicht besiegen. Ich weiß nicht, ich habe nichts mehr. Ich habe ihn noch nicht... Oh, diese scheiße Waffe ist schon gut. Ich kann ihn heißen können. Ja, ihr habt jetzt immer ein Problem. Ich halte mich da lange durch. Ja, es ist mir gerade egal. Hilf mir! Hilf euch gegenseitig, man. Ich kann doch nichts. Kämpft wenigstens von hinten auf ihn. Oh, danke! Und jetzt müssen wir erstmal hier... Geht gar nicht! Mit diesen langen Viechern. Geht gar nicht! Geht alles nicht, so. Ja. Au. Jetzt zuckt meine Augen. So, ich will jetzt hier keine weitere Aufmerksamkeit erregen. Aber ich brauche ein bisschen... Hilfe. So, also hoch hier. Und jetzt falle ich schon wieder runter, ja? Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Da macht er es nicht mehr. Ich weiß nicht... Ich weiß auch nicht mehr, warum. Ich kenne das doch. Normalerweise kann er dann höher springen. Aber irgendwie macht er das nicht mehr. Das ist das, was mich auch am meisten hier in diesem Spiel mittlerweile aufregt. Dass ich in Teil 2 eine Fähigkeit erlernt habe, die jetzt AFK ist. So richtig AFK. Von wegen, die gibt es einfach nicht mehr. So. Also noch hier rum. Und hier hoch. Und hier rum. Und hier rum. Und hier rum. Und hier rum. Und da hoch. Komm, man kann es mich noch nicht verarschen. Das muss doch hier oben hoch gehen. Ja, das sage ich doch. Und da hoch. Und... Nein! Warum springt er jetzt? Halb Meter. Er könnte sich doch einfach nur an der anderen Seite festhalten. Ich habe jetzt keine Wüste mehr, Leute. Also speichern. Kann ich speichern? Ich kann ja gar nicht speichern. Ja. Fortsetzen. Also ich werde mich das nächste Mal wahrscheinlich irgendwo einfinden. Ich weiß nicht, wo es Wander jetzt gespeichert hat, das letzte Mal. Man weiß das ja bei diesem Spiel nicht so wirklich. Vielleicht hat er den Borgia hier. Ja, ich versuche das die ganze Zeit auch noch zu. Den Borgia hier fräglich abgespeichert. Ja, toll, ne? Und wieder rein. Ähm, ich werde jetzt sagen, juhu, ich habe total viel gespielt und ich freue mich darüber. Aber ihr merkt schon langsam, dass meine Stimme weggeht. Und draußen zwitschern schon wieder die Vögel, dass es schon wieder hell wird. Ich möchte noch ein bisschen schlafen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es weitergeht mit diesem Assassin's Creed Brotherhood. Mal gucken, was ich als nächstes spiele. Mal gucken, wann ich diesen ganzen Kram überhaupt hochlade. Ciao!